Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr seht, habe ich eine Plane und ich habe nicht nur eine Plane, sondern ich habe zwei Plane. Das jetzt für alle, die sich beschweren, dass die Dinger zu viel Lärm machen. Ja, stimmt ja, die sind laut, aber dafür sind sie günstig und ich mag einfach dieses Billig-Busch-Craftatum irgendwie sehr gerne, dass man einfach das günstige Ausrüstung nimmt und mit denen trotzdem tolle Dinge vollbringt und sich jetzt nicht extra dafür gemacht, in die Wald gehängt zu werden, Plane besorgt, wobei es dieses Ding hier wirklich auch tut, beziehungsweise dieses Ding hier. Denn was habe ich vor? Ich wollte mal zwei Baumarktplanen miteinander vergleichen, das hat, glaube ich, auch noch keiner gemacht und ist dem Verfolge ein Novum. Und zwar das hier hinter mir, was hier hängt, das ist die recht moderne Bauhaus-Variante. Die hat alle 50 Zentimeter eine Öse, wie man hier auch schön erkennen kann. Ist insgesamt vom Material her nochmal stabiler und wirklich unzerstörbar. Ich vermute, sie ist auch kugelsicher, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die ist schwerer und hat ein größeres Packmaß, als hier die alte Variante der Baumarktplanen mit nur einem Meter Ösenabstand und insgesamt einem etwas lockeren, fluffigeren Material, das sich auch nicht so gummiartig anfühlt. Aber auf die Details gehen wir jetzt ein. Zunächst mal nochmal schnell um die Dicht. Hier die alte Variante, mit der ich bisher in meinem Wald umgerannt bin, denn die ist neu. Die wiegt 500 Gramm, ziemlich genau. Und die hier hinter mir, die wiegt ziemlich genau 800 Gramm. Wobei man sagen muss, bei dem Ding hier mit 500 Gramm, da sind Paracord-Schnürchen an den Ösen inklusive, also Schlaufen, nicht Schnürchen. Hier bei der Bauhaus-Planer sieht man fürs Erste gleich mal einen Vorteil, nämlich die Randösen haben alle noch so eine zusätzliche Plastikverstärkung, was die Randösen super stabil macht. Aber, das ist jetzt auf den ersten Blick erstmal super, wenn man dann wirklich schon häufiger irgendwelche Ästchen durch die Öse gesteckt hat oder die Öse mit aller Macht mit so einer Schnur wirklich richtig straff abgespannt hat, dann gibt das Metall an sich, also der eigentliche Ösenring, tatsächlich ein kleines bisschen nach. Ist also gar nicht so solide. Das hatte ich mit der anderen noch nicht. Also ich hege daher die Vermutung, dass allein das Material einfach von dem Ring hier in der, ja, wie heißt's, Tombaumarktplane, also die hier ist die Tombaumarktplane, die etwas hellere grüne, mit dem geringeren Ösenabstand, komischerweise für mehr Geld, das muss man dazu sagen. Die kostet irgendwie, ich glaube, 8 Euro, die hier nur 6,50 Euro. Also da gibt's schon auch nochmal einen preislichen Unterschied. Ich hab bisher noch nicht geschafft, diesen Ring hier in irgendeiner Form irgendwie zu verbiegen. Also der ist massivst solide und ich weiß also demzufolge nicht, wozu man diese zusätzliche Verstärkung hier noch gebrauchen soll. Was will man mehr mit dem Ding tun, als sie mit maximaler Spannung irgendwo hin zu hängen oder wirklich sich selber noch dran zu hängen an die Ringe? Ich weiß es nicht. Aber bisher habe ich hier noch null Beschwerden gehabt und die hier benutze ich wirklich schon lange, diese Plane. Und die hat schon erste Verschleißerscheinungen an den Ringen. Nicht, dass die ausreißen könnten durch eben diese Plastikdingens, aber naja. Hier zum Vergleich mal die normalen Ösen, also die, die mitten in der Plane sind und nicht an der Ecke. Da sehe ich jetzt allerdings keine qualitativen Unterschiede. Da ist sowohl die sehr solide, weil sie genau dieselbe ist wie am Rand. Während die hier nochmal zusätzlich verstärkt ist und eigentlich fast nochmal einen solideren Eindruck macht als die Randöse, mal abgesehen von dieser Plastikverstärkung eben. Dann ein paar Worte zum Material. Hier die Variante Bauhaus hat auf beiden Seiten ungefähr das gleiche Material, wobei man sagen muss, dass es auf dieser Seite hier sich ein bisschen anders anfühlt als auf der Seite. Aber einen rein optischen Unterschied kann ich nicht erkennen. Und es ist in demzufolge also relativ egal, welche Seite man nach außen packt. Ich habe jetzt zum Beispiel das, was ich vermute, was eigentlich die Innenseite bzw. Unterseite sein soll, hier jetzt nach oben gepackt. Aber ich merke da keinen funktionellen Unterschied. Das Bauhaus wirbt damit, dass bei dieser Plane die einzelnen Gewebeschichter miteinander verschweißt sind. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an und ist eigentlich erstaunlich glatt für eine Gewebeplane. Ich bin mir auch sicher, dass die absolut wasserdicht ist. Ich habe natürlich auch mal kurz ein bisschen ausprobiert, aber ich glaube, diese Frage stellt sich bei so einer Gewebeplane überhaupt nicht, ob die wirklich wasserdicht ist oder nicht. Das ist ja rein Plastik, also müsste eigentlich definitiv so sein. Beim Material der Tonbaumarktplane kann man erstens mal feststellen, dass es einfach sich dünner anfühlt. Nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass das weniger stabil ist. Also stabiler als unzerstörbar geht irgendwo nicht mehr und das ist hier definitiv der Fall. Also das ist so solide und robust, das kriegt man gehandiert nicht kaputt ohne Werkzeugeinsatz. Das ist aber hier genau der gleiche Fall. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, die hier knistert deutlich mehr als das Modell, wobei ich jetzt diesen hier nicht machen kann. Aber wenn man jetzt hier diesen macht, merkt man, es ist nicht ganz so dramatisch wie hier bei der Variante. Wobei die jetzt natürlich nicht gespannt ist. Also wenn die gespannt wäre, dann wäre es auch nicht ganz so schlimm. Also vielleicht ist die hier ein Ticken leiser. Vielleicht. Aber wenn, dann nicht viel. Und hier ist die Unterseite in diesem relativ hellen Silberton in Anführungszeichen gehalten. Ich persönlich finde das praktisch, die Zweifarbigkeit, weil man diese Unterseite hier notfalls auch noch in irgendeiner Form als Signalmittel verwenden kann. Das wird zumindest besser gesehen als grün, insbesondere wenn man sich im Wald befindet. Hat also nochmal so eine Zusatzkomponente. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ding zumindest eine ganz geringfügig wärmereflektierende Wirkung hat, durch die recht helle Farbe, die dann einen gewissen Anteil der langwelligen Ausstrahlung der Körperwärme wieder zurückreflektiert. Ja, das ist so. Tatsache. Und natürlich, wenn man sich ein Feuer vor seine Planenkonstruktion gemacht hat, dann wird auch die Feuerwärme wieder ein wenig zurückreflektiert. Definitiv jedenfalls mehr, als das hier bei dieser grünen Variante der Fall ist. Wobei die durch ihre glänzende Oberfläche natürlich auch eine gewisse Reflexionswirkung hat. Aber da ist hier dieses helle glänzende Ding wahrscheinlich sogar nochmal besser. Und man muss dazu sagen, die hier ist alt und die hier ist neu. Wer weiß, wie sehr die noch glänzt, wenn ich sie mal ein paar Jahre in Verwendung habe. Die Ösen-Durchmesser sind übrigens nahezu identisch und lassen sich gut übereinander legen und man merkt da nicht wirklich einen Unterschied. Also da nimmt sich das nicht viel, wie man hier hoffentlich einigermaßen erahnen kann. Hier nochmal schnell exkursmäßig der Größenvergleich von den beiden Planen. Rechts habt ihr die Thom-Baumarktplane, links die Bauhausplane und die linke Bauhausplane. Ist ein kleines bisschen dicker als die Thom-Baumarktplane, wobei die jetzt in dieser Konstruktion, wie ich sie jetzt hier zusammengestümpert habe, ein bisschen länger ist. Muss man jetzt sagen, ich habe zuerst die hier zusammengerollt, der zweite Versuch ist immer besser. Und das hat jetzt halt eben die da getroffen. Also ein bisschen größer wird sie sein, auch wenn man sie beide optimal zusammenpackt, dann ist der Unterschied vielleicht noch ein kleines bisschen deutlicher. Aber zugegebenerweise ist jetzt das Volumen nicht ausschlaggebend, dass man jetzt sagt, die eine Plane hat gewonnen, die andere nicht. Jo, dann kommen wir mal zum Fazit. Mir ist immer noch hier die grüne, also die sind beide grün, die grünhelle, ne, komm, ist gar nicht so einfach. Tada! Oh Gott! Das lasse ich jetzt mal drin. Die grünhelle Variante ist mir immer noch erheblich lieber als die olle Bauhausplane hier. Davon war ich zwar, als ich sie gekauft habe, erst mal sehr begeistert, weil die so einen hochwertigen Eindruck macht. Aber Punkt Stabilität. Noch stabiler als nahezu unzerstürbar bringt mir nichts. Das hilft mir nicht weiter. Das ist für mich einfach kein Mehrwert. Das mag sein, dass die noch mal stabiler ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, einfach weil die ein festeres Material noch mal hat. Auch ein schwereres Material und einfach mehr Material. Das gibt auch ein höheres Packmaß. Ich sage euch gleich, die hier hat es höhere Packmaß. Die hier lässt sich erheblich kleiner verpäckeln, wenn man dann die Geduld und die Muse hat, sie wirklich optimal zusammenzurollen, beziehungsweise zusammenzufalten, wie man es heute transportieren möchte. Also Punkt Stabilität. Gewinnt zwar die, bringt aber nichts gegen die, weil ich es nicht brauche. Dann Punkt Ösen. Mal abgesehen davon, dass die Randöse halt eben zusätzlich verstärkt, aber ansonsten weniger stabil als die Ösen von dem Modell hier ist. Das würde ich sagen, nimmt sich dann nichts. Ist verstärkt, zwar eigentlich weniger stabil, aber damit, dass ich das verstärkt, ist dann wieder gleich. Ungefähr. So würde ich das jetzt zumindest wahrnehmen wollen. Mehr Ösen ist natürlich ein Vorteil. Gibt einen Punkt für die. Aber auch das bringt mir jetzt in meiner Meinung, für mich persönlich nichts. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht mehr Ösen, weil ihr irgendwelche tollen Konstruktionen vorhabt, für die ihr wirklich mehr Ösen braucht oder ihr wollt das Ding als Lkw-Plane oder sonst was benutzen, das ist dann natürlich noch mal was anderes. Dann sind mehr Ösen selbstverständlich praktisch, aber einfach nur für irgendwelche Tarpaufbaue oder solche Späße oder auch, wenn man die Plane als Boot nehmen will, dann braucht man die Ösen gar nicht. Für viele Dinge braucht man die Ösen überhaupt nicht. Für die vielen Anwendungsbeispiele, die es eben für diese Plane gibt oder auch nicht als Kochtopf, da brauchst du auch keine Ösen für. Alles nicht so wichtig. Daher sehe ich einfach die fehlenden Ösen bei der Tonbaumarktplane als Gewichtsersparnis an und hier hinten am Boden festmachen. Das ist zugegebenerweise praktisch, wenn man sieben Ösen auf der langen Seite von drei Metern hat. Und ja, da kann man ganz kleine Stöckchen reinmachen und braucht sich nicht erst richtige Heringe schnitzen, wie ich es hier jetzt tun würde, wenn ich nur vier Ösen zur Verfügung habe und meistens auch noch hier meine zusätzlichen Strippen benutze. Stabiler ist es meistens wahrscheinlich sogar, wenn man hier das Ding direkt ins Loch, die Heringe direkt in die Öse einführt. Aber ich mag das mit den Strippen, das bin ich vom Zelt her halt so gewöhnt und irgendwie ist mir das lieber, wenn die auch nicht ganz auf dem Boden aufliegt, sondern da einfach noch so ein paar Zentimeter Luftzirkulation möglich sind, weil es einfach ein bisschen weniger Kondenswasser gibt. Es gibt natürlich trotzdem Kondenswasser, aber ein bisschen weniger. Wie dem auch sei, die zusätzlichen Ösen geben für mich keinen Mehrwert. Sind natürlich praktisch, wenn man die braucht. Ja, und dann wäre da noch der Punkt mit der Farbe. Das Teil hier hat natürlich diese großartige helle Unterseite. Das ist jetzt gerade gar nicht so einfach zum umdrehen. Hier kann man es auch nochmal schön sehen. Das finde ich ist nochmal richtig, richtig praktisch, einfach wegen diesem Wärmereflektoreffekt. Das ist spürbar. Also man kann es merken, also wenn man Feuer nimmt, dann merkt man es tatsächlich. Andernfalls muss man schon das Denken an einer sehr geschlossenen Konstruktion aufbauen, dass man es von der Körperwärme her so ein bisschen spürt. Aber es ist definitiv messbar, vorsichtig ausgedrückt. Die hier wird das wahrscheinlich deutlich weniger haben, weil halt eben diese helle Reflektionsfläche in Anführungszeichen fehlt. Ja, heißt, das wäre jetzt ein Punkt für die. Also eigentlich ist die hier nur überlegen in Packmaß, Gewicht und der hellen Unterseite. Die hier gewinnt bei Stabilität und Ösenanzahl. Jo. Und ansonsten mehr Kategorien zur Einteilung einer Baumarktuniversalplane fallen mir jetzt beim besten Willen nicht mehr ein. Aber wie gesagt, das hier ist nach wie vor mein Favorit und damit wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!